Hallo und herzlich willkommen bei GGM Gastro. Ich werde in diesem Video einmal ein Produkt aus unserem Webshop vorstellen. Viel Spaß damit! Unser leistungsstarker Toaster DUTK 464 ist perfekt für den gastronomischen Alltag geeignet. Mit seiner maximalen Leistung von 3,85 kW ist es möglich in nur einer Stunde bis zu 6 kg Toast zu rösten. Der DUTK wurde für maximale Leistung und höchstmögliche Haltbarkeit angefertigt. Seine großen Vorteile sind seine einfache Handhabung und zeitloses Design. Die Bedienung ist extrem einfach. Zur Einstellung des gewünschten Bräunungsgrades müssen Sie lediglich den Drehschalter auf die gewünschte Heizstärke einstellen. Die Eingangs- und Ausgangsplatten bestehen aus rostfreiem Edelstahl und können zwecks vereinfachter Reinigung entfernt werden. Weiter verfügt der Durchlauftoaster über eine integrierte Krümel-Aufrungsschublade, die sich mit wenigen Handgriffen zwecks Reinigung entfernen lässt. Aufgrund seiner hohen Leistungsfähigkeit und seiner einfachen Bedienung eignet sich unser Durchlauftoaster optimal für den täglichen Gebrauch. Die hochwertige Verarbeitung der einzelnen Komponenten garantiert Ihnen eine lange Haltbarkeit. Die Eigenschaften, die der DUTK 464 in sich vereint, machen Ihnen geradezu ideal für den professionellen Gebrauch. Ich hoffe, Ihnen hat unsere Produktvorstellung gefallen. Sie finden auch weitere Videos auf unserer Webseite, auf Facebook oder auf YouTube. Geben Sie uns auch gerne Feedback. Wir würden uns freuen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ihr Tim von GGM Gastro.